Hallo und herzlich willkommen bei Tiefenschärfe, dem YouTube-Kanal, der deinen Fokus in die Tiefe führt. Schön, dass du da bist. So, liebe Freunde, einen schönen guten Morgen. Es ist mal wieder Zeit, ein bisschen vom Leder zu ziehen. Wir fangen mal ganz piano an. Ich bin erfreut, dass das, was ich gepostet bekomme von meiner Frau, dass das so großen Anklang fand. Und das erste Interview zum Beispiel mit Hallo Meinung, das hat eine Million Mal einen Klick gehabt und ist 4,5 Millionen Mal verteilt worden. Und meine Posts, die über meine Frau laufen, die gehen alle so 10.000 bis 15.000 Mal weg. Das ist eine hervorragende Quote. Hätte ich nie gedacht, dass es so ist. Und da es so ist und die Leute das gerne hören und gerne teilen, machen wir mal schön in der Serie weiter. Ja, worum es mir heute geht, was wir in den letzten drei Wochen, seit das letzte Post war, gehört haben. Also ich habe halt auch keine Lust mehr, irgendwas zu sagen, weil ich kann gegen diese Gehirne in der Politik nichts mehr machen. Die machen einfach weiter, obwohl sie von jeder Menge hochkarätiger Professoren auseinandergepflügt werden. Und mittlerweile sind es im Internet und was ich so von meinen Kollegen höre, Zehntausende von Ärzten, die an der Front täglich mit Patienten zu tun haben, die diese Zahlen, die die veröffentlichen, überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Ja, da stimmt hinten und vorne nichts. Alleine, wenn ich das höre, da steht der Ministerpräsident von Bayern vor dem Mikrofon ohne Maske und sagt, ja, wir wollen auf gar keinen Fall in Deutschland oder in Bayern eine zweite Welle wie in Hongkong, in Singapur, ne, Hongkong hat er nicht gesagt, aber wie in Singapur und in Schweden. Hä? Es hat in, weder in Deutschland noch in Singapur noch in Schweden jemals auch nur einen Ansatz einer zweiten Welle gegeben. Es gab schlicht und weise keine. Ja, die Erkrankungen laufen alle so und Berg hoch und dann geht es runter. Und genauso war es in Singapur, genauso war es in Schweden. Die Zahlen gehen runter, genauso wie bei uns in Deutschland die Zahlen permanent nach unten gehen. Es gibt erheblich weniger Tote und es gibt immer noch ein paar Infizierte. Ach ja, mein Gott, Infizierte. Das haben wir jeden Tag, infiziert sich einer mit irgendwas. Ja, und von denen sind genesen. Und von denen, wie viel werden krank? Einer von hundert. Und von den hundert ist einer kritisch krank. Wenn überhaupt. Und von den kritischen stirbt einer. Ja, von den hundert. Ja, also wir sind im Promillebereich. Wir sind in genau demselben Bereich wie jedes Jahr aufs Neue. Und dann muss ich mich mal wieder vom Herrn Kanzleramtsminister und von dem Herr Professor Lauterbach und von den anderen Schwätzern, die da rumbacken, als Verschwörungstheoretiker titulieren lassen. Ich finde das eine persönliche Beleidigung, auch gegenüber allen anderen Ärzten oder Wissenschaftlern und hochkarätigen Professoren. Ja, wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Das ist eine Beleidigung ersten Grades. Und außerdem in dem einen Wort, Verschwörungstheoretiker, sind drei Fehler drin. Erstens, Verschwörung ist illegal. Ich habe mich mit keinem verschworen. Ich bin nicht illegal. So, das zweite ist Theoretiker. Ich bin kein Theoretiker, ich bin Praktiker. Ich sitze hier jeden Tag, von Montag bis Sonntag, jeden Tag in der Praxis und behandle Patienten. So, und ein Verschwörungstheoretiker kann ich auch nicht sein. Das sind drei Fehler in einem Wort. Ich habe jetzt bei den Politikern drei Beleidigungen gut. Diese Pfeifen, das war die erste, ja, die sollen mich gerade in Ruhe lassen mit ihrem Dreck, den sie da dauernd verbreiten. So, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Dampf ablassen. Da geht es ums Robert-Koch-Institut. Wer war eigentlich Robert Koch? Und jetzt fangen wir ein bisschen früher an. Um die 1769 bis 1850 Alexander von Humboldt. Es gab damals noch keine Nobelpreise, aber der hätte einen verdient. Und zwar richtig verdient. Der ist in der ganzen Welt rumgefahren. Von dem stammen die fantastischen Zeichnungen von Vögeln, Pflanzen, Fauna, Flora, von Höhenangaben bis wohin, was wächst, wann fängt der Schnee an, wenn der Permafrost, ja, nachdem ist heute eine Universität benannt unter Humboldt-Pinguin, hervorragend. So, danach hatten wir noch zwei Kracher in der Medizin und in der Physik. Das eine war der Wilhelm-Konrad-Röntgen. Der hat einen Nobelpreis gekriegt für Physik, 1901. Emil von Bering, auch 1901, Nobelpreis in Medizin für Forschung und Entwicklung von Diphtherie und Diphtherie-Impfstoff. Hervorragende Köpfe. Und der hellste Kopf von allen, und jetzt hört bitte ganz genau hin, der hellste Kopf von allen war Robert Koch. Das sagt jetzt jeder. Jo, wer ist Robert Koch? Man kennt ihn vom Institut. Robert Koch von Bering und Röntgen waren alles ungefähr ein Jahrgang, sind auch alle um die, innerhalb von sechs Jahren verstorben. Robert Koch hat den Nobelpreis gekriegt, 1905. Er hat 30 Jahre vorher schon Antrax entdeckt, Milzbrand, tödlich. Dann war er mitverantwortlich für die Veröffentlichung über die Cholera. Da waren Italiener ein paar Jahre vorher, das kannte er aber nicht. Auf die Anerkennung hat er verzichtet und dann hat er den Nobelpreis gekriegt, 1905. Wofür denn eigentlich? Kennt heute jedes Kind. Tuberkulose. Der hat die Tuberkel entdeckt. Ja, und hat alles, was er wusste. Und damals, ihr müsst das mal reintun, von 1890 bis 1900. Ja, was für einfache Möglichkeiten die hatten. Ja, und er hat das aufgebaut, wissenschaftlich. Der hat den Nobelpreis gekriegt, das war mit der hellste Kopf, den Deutschland je hatte. Was haben die aus dem Namen Robert Koch und seinem Institut gemacht? Da sitzt jetzt ein Veterinär. Der Herr Veterinär, der Professor. Jo, behandle bitte Hund, Katze, Maus, Pferde und Kühe. Aber lass mich mit human-pathologischen Keimen in Ruhe. Ja, und hör auf mit den R-Zahlen, die euch dann wieder eingefallen ist. Ja, die war schon Anfang April bei 1. Ja, und die ist auch niemals über 1 gegangen. Da haben sie wieder anders gerechnet. Ja, und jetzt ist sie dauerhaft. Dann war sie auf 0,37. Ja, jetzt ist sie plötzlich wieder auf 1,1 gestiegen. Weil der Merkel irgendwo geflüstert wird. Ja, in Bundesländern die öffnen. Wupp, wie ein Kettenhund. Ja, kurz mal dran gezogen. Robert Koch, Institut jault auf. Zahl wieder hoch. Ja, jedes Mal, wenn irgendwas gelockert wird, wie ein Kettenhund. Ja, Merkel zuppelt, mach was. Ja, denen glaube ich kein Wort mehr. Ja, und außerdem, wir haben, jetzt stand gestern Abend, glaube ich, knapp 180.000 Infizierte. Kein No-Und. Wir haben jeden Tag irgendwelche Infizierten, die sich mit irgendeinem Bakterium, irgendeinem Virus, irgendeinem Anaerobe, also so sauerstofflose Dinger infizieren. Es erkranken aber auch so wenig dran. Und mittlerweile haben wir genau dieselbe Todesquote und Erkrankungsquote und so, wie bei den normalen Grippen, nur mit dem Unterschied, es haut die alten Leute weg. Jetzt kommen die nächsten Professoren ins Spiel. Warum haut es eigentlich die alten Leute weg? Professor Kuchel in Zürich und vor allem Professor Püschel in Hamburg hatten obduziert, obwohl das Robert-Koch-Institut ja meinte, na, lasst sie mal. Ich habe damals schon gesagt, hä, wieso sollen die das lassen? Und die haben dann was ganz anderes rausgekriegt. So, jetzt gehe ich mal bei Intermedizin ein bisschen so in meinem Kopf spazieren. Wenn die damals schon rausgekriegt hatten, dass die 80% der Toten an der Lungenembolie verstorben sind, warum hat man denn da sofort nicht so Ohren gekriegt bei allen anderen Klinikern und so? Und hat die obduziert? Vielleicht hätten dadurch 1000 Tote erspart werden können, der Bevölkerung. Das ist schlimm, dass die gestorben sind. Aber man hat dann gesehen, man geht eben in den gerinnungshemmenden Medikamenten doppelt so hoch. Ja, und dann sterben die nicht mehr. Denn da waren einige dabei, die wurden eingeliefert, die waren schon stabil, Fieber ist schon nach unten gegangen und plötzlich morgens sind die tot. Ja, die hat man nicht obduziert, das waren halt Corona-Tote. Aber die waren sehr wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, 8 von 10 an einer Lungenembolie gestorben. Und hätte man die anders behandeln können, oder hätte man die anders behandelt, könnten die möglicherweise noch leben. Und jetzt kommt wieder so ein Ding ins Spiel. Das heißt, da wären ein paar Todesfälle vermeidbar gewesen. Wer steht denn für die gerade? Normalerweise müsste doch jetzt, meinen Rechtsempfindenden, die Generalbundesanwaltschaft oder Staatsanwaltschaft oder wie es auch immer heißt, von Amts wegen her ermitteln. Warum haben die eigentlich nicht auf die zwei Professoren gehört? Die hatten ja miteinander überhaupt nichts zu tun. Der eine in Hamburg, der andere in Zürich. Ja, und der Züricher hat das bestätigt, was der Hamburger festgestellt hat. Ja, wenn wir irgendjemand umbringen, da wandern wir 15 Jahre in den Knast. Ja, und da sind vielleicht 100 oder 1000 Tote, wenn es nur drei sind, die man hätte verhindern können, wird das als normaler Schwund an der Front angesehen. Das kann doch nicht sein. Wir stehen für allen Scheiß gerade, wenn wir nur ein falsches Antibürtikum verordnen und die laufen da straffrei rum. Ja, weil sie irgendwas Falsches entdeckt haben. Oder Falsches erzählt haben. Ja, des Weiteren, die Professoren Bhakti, ja, der Professor Willisch von der Charité und Professor Zastro Charité gehen mittlerweile auf den Professor Drosten von der Charité los. Ja, da, und das ist ganz einfach, der sitzt im Labor und guckt in sein Bien-Okular-Mikroskop und die anderen sind Hygieniker und Infektiologen und Epidemiologen. Die gucken sich die Krankheiten an und was passiert und siehe da, es gibt keine zweite Welle, die werden gegen runter, ja, es wird gelockert, ein Maskenzwang. Ja, da kann man drüber reden, ob man sein eigenes CO2 dauernd einatmen soll oder nicht. Aber der schützt wenigstens, dass die Keim nicht 5 Meter fliegen, sondern nur 30 Zentimeter. Das ist ja auch was. Obwohl sie einfach lästig sind. Aber wenn ihr Maskenzwang habt, dann bitte auch im Oktober, November wieder, wenn die Grippe anläuft. So, das war das eine. So, die erste Welle hat mir gesagt, ja, Impfschutz. Oh, jetzt kommt das nächste Ding. Der Impfschutz. Sie wollen uns also weismachen, sie stampfen, obwohl sie die Viren schon seit 60 Jahren kennen. Jetzt ist einer von den Viren da aus dem Wuhan-Labor ausgebüxt. Warum auch immer. Wir werden es nie erfahren, weil kommunistisches Land. So, jetzt haben sie plötzlich innerhalb von 5, 6 Monaten den Impfstoff gegen das Virus. Virus, nochmal, wirksamer Impfschutz, ja, den kann ich mit einem Impfserum, mit einem Antidot erreichen. Das ist dann vorneweg immer 3 bis 5 Jahre getestet worden. Klinische Phase, Phase 3, Phase 4, dann wird an der Front getestet, Freiwillige. Ja, da müssen ja mindestens 100.000 Leute getestet werden. Was haben die für Nebenwirkungen, was haben die für Spätfolgen? Sowieso, ist da irgendwas zu erwarten? Und jetzt wird uns weiß gemacht, so September, Oktober, November gibt es einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Im November, da brauche ich mal Grippeimpfung. Ja, der Tetra, mit allen möglichen Sachen. Da kommt die Grippe um die Ecke. Und dann braucht er mir nicht erzählen, wir hätten eine zweite oder dritte Welle von Corona. Ja, da sind dann wieder die Influenzaviren. Wie jedes Jahr pünktlich auf die Minute, ab Mitte Oktober geht es los, sind die Leute erkrankt. So, das war das. Jetzt hoffe ich eigentlich, dass ihr das viel mehr postet, wenn ihr könnt, liebe Leute und Interessenten. Ich brauche irgendwie die Zeitung und ich brauche ein paar Leute vom Fernsehen, die da drauf springen. Es kann doch nicht sein, dass unsere ARD- und ZDF-Reporter linientreu, auch wie Kettenhunde, immer der Regierung hinterherheschen. Ihr habt doch als Reporter oder als irgendwelche Nachrichtenüberbringer die Aufgabe, neutral zu berichten. Die Nachricht kann noch so schlecht sein, ja, aber Vor- und Nachteile, Vor- und Nachteile, das muss abgewogen werden. Es wird auch in jeder Talkshow, es werden nur noch Leute eingeladen, die das sagen wollen, ganz schlimm, Lanz, Maischberger, Will, wie sie heißen. Die nur noch das sagen, was die unbedingt hören wollen. Wenn da einer was anderes sagt, oh je, dann ist er gleich wieder der Böse. Ja, das kann doch auch nicht sein. Ja, und dann Demonstrationen und sowieso, da mischen sich dann die Rechtsradikalen dazwischen. Ei, wo dann? Ja, die Leute wollen ihre Freiheit und so. Ich habe da, egal wo wir waren, auf welcher Demo, da sind keine Rechtsradikale. Ja, da sind auch keine Linksradikale. Das sind Leute, die einfach in diesem Fall zusammenstehen, die Linken und die AfDler, die einfach nur ihr normales Leben wiederhaben wollen. Weil die Zahlen, die ihr denen veröffentlicht, von den offiziellen Stellen her, die kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Ich sowieso nicht, weil ich jeden Tag an der Front sitze. Nichts Theorie und Theoretiker. Ich bin Praktiker und das, was ich jetzt gesagt habe, das fußt auf ganz nackigen Zahlen. Kann man überall von den offiziellen Stellen, Statistisches Landesamt in Hessen, Statistisches Bundesamt, da können Sie überall nachlesen, werden überall veröffentlicht. Kein Mensch interessiert sich für die offiziellen Zahlen. Die stimmen Ihnen nichts überein mit dem, was der Robert-Koch-Institut da gesagt hat. Und deswegen verbreitet das, teilt das. Ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen muss. Irgendwann geht es mir vielleicht noch mehr auf den Sack. Da muss ich halt noch mal drauf hauen. Aber ich kann es euch nur aus der Praxis sagen. Wir haben Mundschutz, wir haben Abstand. Wir haben allen Scheiß gemacht, der da notwendig war. Seit fünf Wochen haben wir keinen Huster, Schnupfer, Schniefer mehr. Da ist immer der eine, wie ich es schon letztes Mal gesagt habe, mit der Mittelohrentzündung, weil ich mit nasser Hahn um 6 Uhr war, minus 1 Grad mit dem Mundgassi war. Das war alles. Der Rest ist irgendwie Hautsache, Rücke, Scheppefüß und Blutkontrolle. Es hustet und schnieft und so. Kein einziger. Unsere Zahlen, die wir bekommen von den offiziellen Stellen, sind in 0,0 nachvollziehbar. Und es gibt keine zweite Welle, es wird auch keine dritte Welle geben, auch wenn sie es noch so gerne hätten. Das eine hat der Herr Söder. Und jetzt ist der Seehofer, ah, den hatte ich noch vergessen. Mein Spezi-Freund. Das immer wieder Steh-auf-Menschenseehofer. Der hat schon damals als Bundesgesundheitsminister nichts gedacht. Er hat 92 bis 98, war unter Kohl Gesundheitsminister. Was hat er geschafft? Das trifft jetzt alle Patienten, auch mich, alle Kassenpatienten. Der Herr Söder hat nämlich die Budgetierung eingeführt. Ja, da war es zu teuer, dann haben sie 5 Milliarden eingespart. Da wurden wir kontingentiert und budgetiert. Wir dürfen eigentlich jetzt bei den Patienten auch nicht mehr alles machen. Wir mussten die Billig-Medikamente verschreiben, obwohl die Originalen, die waren zwar teurer, aber deutlich besser von der Wirkung her und deutlich besser vom Nebenwirkungsprofil her. Ja, siehe Voltarin, Diclofenac, siehe Belok, Zock und Metosuck und wie sie alle heißen. Ja, das Original ist besser, besser verträglich. Und das beste Beispiel, schmeißt eine Aspirin-Tablette ins Glas und rührt um. Und dann schmeißt er irgendwas ins Glas, rührt um, Aspirin ist fort. Und bei dem anderen Zeugs, da habt ihr oben Körnchen drauf, da habt ihr unten Körnchen drin, da habt ihr Schlieren am Glas. Das ist der Unterschied von der Galenik her. Und das Bessere war schon immer das gute Feind. Und da wird sich in der Medizin auch in den nächsten 2000 Jahren nichts ändern. So, das war das. Und jetzt hoffentlich ihr teilt es. Und wenn einer einen Redakteur kennt oder irgendeinen vom Fernsehen, der man Interview macht und nackte Zahlen hören will, ja, das was ich gesagt habe, wenn ihr euch die Namen aufschreiben wollt, ja, was man im Internet wunderbar lesen kann, Professor Bakhti, äh, Professor Zastrow und vor allem Professor Kuchel in Zürich und Professor Püschen in Hamburg, äh, in Hamburg. So, und dann Professor Homburg aus Hannover. Der hat so nackige Zahlen, ja, und der kann ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, äh, was da in der Politik offiziell mit uns gemacht wird. Und der hat auch nackte Zahlen da vorgestellt in Stuttgart. Er wurde auch gleich als Verschwörungstheoretiker abgetan. Also, Herr Professor Homburg, ich bin auf Ihrer Seite, mache Sie weiter, ja, gehen Sie, gehe die Großkopferten da an. Ja, das kann nicht sein, dass diese Republik sauber verhascht wird und immer das Spiel mit der Angst. Und wenn Ihnen nichts mehr einfällt, ja, von rationellen Gründen gibt es ja schon seit zwei Wochen nicht mehr, dann war natürlich was mit den Kindern. Irgendein Kind. Jetzt packen Sie, weil Ihnen nichts mehr ausfällt, die Kinder aus. Ja, und die Kinder sind 0,0 erkrankt. Ja, jedes Jahr stirbt mal ein Kind oder zwei an einem normalen Influenza A, B oder so. Das ist grausam, wenn ein Kind stirbt. Ja, aber das lässt sich dummerweise auch bei den normalen Influenza-Viren. Äh, nicht vermeiden. Ja, jetzt ist mal eins an Corona gestorben, wenn es denn so ist. Ja, wenn es nicht auch vorher Leukämie oder Wilmstumor hat, also so ein Hirnkrebs, ja, das weiß ich nicht. Aber da ist mal ein Kind dabei, um Gottes Willen, die armen Eltern. Aber das kann nun mal passieren. So, aber jetzt ist nichts mehr eingefallen. Jetzt sind die Kinder wieder die, auf die man ganz besonders achten muss. So, jetzt glaube ich, bin ich durch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Teils wie Bolle. Äh, ihr werdet wieder was von mir hören, wenn irgendwas ist. Wie gesagt, ich bräuchte mal Fernsehen, ich bräuchte mal Paripater, so richtig so mit Hirn im Kopf. Ja, und letztens hat mal einer gesagt, wo die Politiker wohnen, möchte ich gerne mal Urlaub machen. Wo die im Kopf wohnen, möchte ich gerne mal Urlaub machen. Da habe ich gesagt, wieso das? Sagt der ID, wo die im Kopf wohnen, da ist Totenstille. Da ist Ruhe endlich Ruhe. Ja, da muss ich so lachen. Ja, stimmt. Wo die im Kopf wohnen, möchte ich gerne mal Urlaub machen. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wird alles besser. Macht's gut und schönen Vatertag. Tretet gerne unserer Telegram-Gruppe bei, um nichts mehr zu verpassen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und sprecht über die Themen in eurem Umfeld. Teilt das Video, abonniert unseren Kanal und habt trotz allem noch einen wundervollen Tag. Möge das Licht die Blicke erhellen und die Sicht auf die Wahrheit freimachen.